Demonstrieren gegen angeblichen Impfzwang, Impfwahnsinn, Panikmache. Ein kleiner Teil der Bevölkerung ist gegen das Impfen und beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung negativ. Obwohl das Impfen von der Wissenschaft fast ausschließlich positiv beurteilt wird. Mindestens 80 Prozent derjenigen, die geimpft werden können, müssen geimpft werden, damit der Albtraum Corona vorbeigeht. Und vor allem damit auch die, die sich nicht schützen können, wieder sicher sind. Also Menschen mit schwachem Immunsystem, Kinder. Es gibt ganz viele, die auf Herdenimmunität angewiesen sind. Herzlich willkommen bei Nano. Tja, und dann landen Sie plötzlich in einer Diskussion mit einem Impfgegner und kommen mit Argumenten überhaupt nicht weiter. Das Thema ist so emotional aufgeladen. Warum eigentlich, haben wir uns gefragt. Wer in Facebook das Wort Impfen in die Suchleiste tippt, stößt sofort auf Impfgegner und ihre Kritik. Oft plakativ, provokant und emotional wird hier vor allem gegen das Impfen Stellung bezogen. Die Expertin für Gesundheitskommunikation Cornelia Beetsch macht dafür die Medien mitverantwortlich. Dort entsteht der Eindruck, als gäbe es ebenso viele Impfgegner wie Befürworter. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Fernsehdebatte hat, würde man eine Person einladen, die für das Impfen ist. Man würde eine Person einladen, die gegen das Impfen ist. Und dann denkt man als Fernsehzuschauer, naja, klar, man kann dafür oder dagegen sein. Was aber dabei vergessen wird, ist, wie viele Leute von den beiden Gruppen gibt es eigentlich. Und von den Leuten, die gegen das Impfen sind, gibt es ganz weniger. Und die Leute, die für das Impfen sind, die sind eindeutig in der Mehrzahl. Zum Beispiel in Deutschland zwischen 95 und 97 Prozent und nur drei bis fünf Prozent sind gegen das Impfen. So wird etwa Autismus als angeblich gravierende Nebenwirkung des Impfens genannt. Die Polemik einer Minderheit. Der angebliche Zusammenhang beruht auf einer Studie von Andrew Wakefield. In der Studie von 1998 präsentierte der britische Mediziner zwölf Kinder, die durch eine Impfung Autismus bekommen hätten. Wie es heißt. Zwölf Fälle von Millionen Impflingen. Anrüchig dabei, Andrew Wakefield hatte einen eigenen, angeblich sicheren Impfstoff entwickelt. Damit hätte er ordentlich Kasse machen können. Außerdem gab es Anwälte, die Entschädigungen für Autisten erstreiten wollten. Von ihnen bekam Wakefield 55.000 Pfund. Forscher auf der ganzen Welt versuchten, die Ergebnisse der Studie nachzuvollziehen. Ohne Erfolg. Die Studie wurde zurückgezogen, ihr Autor offiziell gerügt. Im Internet wird gerne Impfangst geschürt. Und das funktioniert. Negative Nachrichten ziehen unsere Aufmerksamkeit an. Wir sind darauf gepolt, auf negative Ereignisse anders zu reagieren als auf positive Ereignisse. Weil es natürlich evolutionsbiologisch wichtiger ist, möglichen Gefahren auszuweichen. Also lieber einmal mehr ausgewichen als einmal zu wenig. Und deswegen ist es auch eben heute noch so, dass Dinge, die negativ sind, mehr Aufmerksamkeit erregen. Und wir uns die auch besser merken können. Schlechte Nachrichten verkaufen sich besonders gut. Und so haben etwa junge Eltern, die sich heute im Internet zum Thema Impfen informieren wollen, kaum eine Chance, den Horrorvisionen der Impfgegner zu entkommen. Kornelia Beetsch hat in einer Studie untersucht, was dann passiert. Eine Gruppe von jungen Eltern wurde zunächst in einem wissenschaftlich fundierten Vortrag über Risiken durch die Krankheit und durch die Impfung informiert. Die Eltern waren der Impfung gegenüber danach positiv gestimmt. Dann durften dieselben Eltern dazu im Internet recherchieren. Durch die negativen, mitunter falschen Darstellungen, die sie dort fanden, änderten sie ihre Einstellung. Und wurden überwiegend zu Impfskeptikern. Eine fatale Wirkung. Es gibt gewisse Risiken des Impfens, die muss man aber im Verhältnis sehen zu dem Nutzen der Impfung. Und da wird auch sehr, sehr gut drauf geguckt. Es gibt das Paul-Ehrlich-Institut. Die schauen sich an, was an möglichen Verdachtsfällen reinkommt. Und da wird sehr genau geschaut, was kann möglicherweise mit der Impfung zusammenhängen. Das wird sehr eng gemonitort. Also das Sicherheitsnetz ist hier sehr, sehr dicht. Trotzdem ist es natürlich so, dass es Fälle gibt, wo nach dem Impfen Dinge passiert sind. Die werden nachverfolgt, die werden auch entschädigt. Also da kümmert sich auch der Staat drum. Die Haltung zum Impfen entwickelt sich in Deutschland positiv. 2014 waren fast 70 Prozent dafür, 25 Prozent positiv mit Vorbehalt und 6 Prozent dagegen. 2016 waren schon 77 Prozent für das Impfen, nur noch 18 Prozent mit Vorbehalt und 5 Prozent Impfgegner. Weltweit allerdings hat sich die Stimmung eher negativ entwickelt. Die Weltgesundheitsorganisation zählt Impfmüdigkeit unter die größten Gesundheitsrisiken. So wie die gefährliche Seuche Ebola. Hoch ansteckend und tödlich. Oder die Belastung durch Luftverschmutzung und Klimawandel. In diese Liga ordnet die WHO auch die Impfmüdigkeit ein. Deshalb ist die Gefahr durch aufmerksamkeitsheischende Darstellungen tragischer Einzelfälle erheblich. Natürlich muss man sagen, solche Geschichten gibt es. Aber im Internet erscheinen sie uns eben besonders häufig. Und manchmal ist auch gar nicht geklärt, ob es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang mit dem Impfen gibt. Aber diese Einzelfälle führen dazu, dass unsere Risikowahrnehmung beeinflusst wird und unsere Bereitschaft zu impfen. Denn die Risikowahrnehmung nimmt zu und die Bereitschaft nimmt ab. Die Aktionen von Impfgegnern beeinflussen die öffentliche Wahrnehmung zum Impfen negativ. Obwohl das Impfen von Experten fast ausschließlich positiv beurteilt wird. Ganz aktuell, so zeigt die sogenannte Cosmo-Studie von Cornelia Beetsch, sinkt die Impfbereitschaft etwas. Gut, die Hälfte der Deutschen hat ja schon mindestens eine Dosis erhalten. Aber unter den Ungeimpften wollen sich nur noch knapp die Hälfte impfen lassen. Das würde für eine Herdenimmunität nicht ganz ausreichen. Es bleibt also wichtig, mit denen zu diskutieren, die einfach unsicher sind. Das würde für eine Herdenimmunität nicht ganz ausreichen.